ganz schön weit hinter ja bleib sonst da schnell, ich geh schnell, ich weiß wo ich krieg schon einen kommt man da auch rüber nicht, ich glaub da kommt man von hier aus nicht rüber warte mal, das kannst du mal probieren ja wahrscheinlich fällst du runter ach da ist es ne da geht glaub ich nicht weiter kann ich mir nicht vorstellen hat's funktioniert? NAAAHHHHHHHHH das klingt wie absolut gar nix außer Geld außer Geld und Geld ich guck mal ob's funktioniert hat ja ich mein hier ist zwar ne Tür, ist es aus, ist es aus, geil oh hier ist eine Weapons Chest Stück Scheiße scheiß auf deinen Komunismus teilen wir dieses loot brüderlich, dieses Brut lüderlich was denn das ist eine Shotgun und Munition und Munition, die Munition nämlich ja und ein Sniper, aber die Sniper ist kacke ja ich glaube die Shotgun die hätte ich glaub ich verhalten, ja ja ach sorry ich bin aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen das weiß ich nicht wirst du, du kommst früher oder später zu mir zurück war das Scooter? was glaubst du, warum ich hierher abgehauen bin? nur hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen ich mach es sicher nein, nein nein, nein, renn weg, renn weg ich wollte eigentlich gar nicht siehste, und das hast du verdient das hast du verdient das halte ich nicht aus wieso? du bist was machen die beiden denn da? lass uns mal gucken ich hab den Kill gemacht und er hat mich wieder getötet also stopp hier vorne I'm dead wisst ihr was ihr da tut? habt ihr alles bekommen oh scheiße, da sind wieder neue gespawnt oh oh, ein Goliath oh oh, ein Goliath oh, bewegt euch nicht so schnell bewegt euch nicht so schnell oh god fuck damn it ich treffe euch nicht Claudio das ist ein Goliath ja und? da da ah, ist tot ich bin drauf auf nur ein Goliath ey, gehen wir jetzt zu Shorty oder was? warte, was? hin und wieder ein Goliath, gute Ideen wieso habt ihr mir nicht geholfen? du spreche in Waffenmann zum letzten Mal Crank was haben wir eigentlich gesagt? wir gehen zu deinem Bruder in the fridge geschickt brab so gehen wir smashen gut aber wo ist Waffenladung? ich habe es dir doch gerade erklärt Crank vergessen du noch mal sagen oder Crank nehmen Helm ab ok gehen wir jetzt nicht schnell das andere da machen da oben ja, äh, was jetzt? Crank oder was? ja, die, die freuen den halt ich dachte, die ist schon erledigt wir müssen doch sowieso dahin äh, was die sind eh dahin ja, ne was denn jetzt? ach, die lebt noch ja, Patzer hat mich ja geziös ist okay ist ja sowieso dahin äh ach ihr kleinen Kackzwerge Zwerge ja also, wie geht's dir? thank you ja, wo ist denn hier? ach, da ist sie ja ich schiebe ihren Zorn jetzt mal darauf dass ihnen so ein Ratten-Ding verwandelt wurde und nicht darauf, dass gut ein lausiger Liebhaber war oder so ist für alle Beteiligten einfacher wenigstens haben wir es versucht komm zurück sie ist geslackt worden kann ich Granaten einsetzen eigentlich ähm auf der ERB-Taste das war's nicht wahrscheinlich ist es die G-Taste auf der Tastatur oder so ich weiß nicht was müssen wir jetzt machen? Cranks Waffenladung gibt's auch hier irgendwo Cranks ja, aber da ach, da oh, die Tür ist ja offen blablabla blablabla die Tür war für ihn noch zu, okay? ey, Leute, das sind Raketen ach, Raketen ja, er liebt Raketen oh, guckt euch mal diese süßen kleinen Bettchen an bin komplett blank sind die nicht toll komm, gib's doch zu die die sind toll nein oooh kacke keine Munition mehr na gut, Rennweltwarte keine Munition keine Munition stirb ja, Claudio, wir wissen dass du keine Munition hast keine Munition mehr musstest du es nicht die ganze Zeit wiederholen was ist das denn? wie kleiner ist das ist ein zwerg das ist ein zwerg hey, komischer kleiner Typ eine Mini-Ratte hab ihn totgekloppt er ist eine kleinwüchsige Ratte eh wo ist denn hier noch? da ist noch einer dead fucking Labor Asshole komm das wird lustig ich wollte nicht gegenfallen nein warte mal da hinten da geht's weiter ok, ich bleib hinter euch aber ich bin hinter dir nicht wenn ich hinter dir bin komm her komm her wir sollten ja einen sniper und man hat ja gar keine Sicht weite bist einer der Art von sniper die nervöser wenn Leute hinter einem stehen ja oh cool ah man ey ist nicht cool ok nein nein wieso nicht das mussten wir jetzt nicht nein Daniel, ich brauch Schilde ich sterbe sowieso eben na gut ist ja gut du kriegst ihn ja du kriegst ihn ja mich will alles und jeder töten du kriegst ihn ja äh hier auf mein Befehl hier naa ah man alter was sei das hier what the fuck wer ist denn hier noch alles tot äh nein mein Kill hallo ja danke Claudio ja ja ich hab grad Pascal wiederbelebt du wärst auf Eintrigen verlassen du hast es schon weggeworfen du hast es schon weggeworfen ich hab's schon weggeworfen uuuuuh ich hab's schon weggeworfen du kannst du mir alles aufgenommen das kann gut sein ich hab's aus dem Moment herausgeworfen nein das ist nicht das richtige aber es ist ein bisschen besser AAH oh how bad as Psyche naja hh hier klaut mir den Kill aahhh Laborratte ne Tunnelratte tschuldigung warum liegt hier schon soviel Loot rum ich hab vielleicht eine Granate reingeworfen und ein paar Leute getötet pahhh ist gut was hast du für Granaten hehehehe die die knallfräische da Achso. Ah. Ah, okay. Jetzt weiß ich wie. Wer hat denn schon jetzt die Tür aufgemacht? Macht das Ding irgendwann bumm. Ja, es hat irgendwann bumm gemacht. Warte mal sehen! Hier! Ich hab hier ne New- New- New-Use-Station-Injekt. Das war jetzt meiner Fail. Ist explodiert. Muss ich nicht explodieren sollte. I'm sorry Pascal. Pascal. Pascal sagt einfach gar nichts mehr dazu. Er schweigt sich tot. Das hat er doch schon alles hinter sich. Er denkt sich so, fick dich, Patze. Nein, du sagst immer, fick dich, Patze. Ja, ich sag das, aber Pascal denkt das. Was ist alles füllen, Daniel? Ich muss das füllen. Warum ist alles wieder so dunkelblau? Weil diese komischen Farbfilter, wir sind hier noch keine Hipster. Oh nein, die Autogun. Die Autogun. Oh, what the fuck? Was war das denn jetzt? Ich kann dich nicht wieder überlegen. Da hat Patze schon. Ich hab das. Claudio. Genau, Claudio. Fucking Laborraten. Warum hat er einen Superman-Blick? Fuck you. Ja, ein extra Arm für High-Fives krieg ich das auch. Säubere Eis. Ja, Mission abschließen. Oh yeah. Was, haben wir es schon geschafft? Ja. Wow, nein, haben wir nicht. Erstmal looten. Erstmal, eh, na, nee, erstmal looten jetzt. MEIN HOLOGUN! Erstmal looten. Oh fuck. Okay. Irgendwie war mir klar, das ist nicht so. Ich lebe! Komm her! Ja! Help me! Okay. Nein! Verdammt. Eeeeh... Du weißt, haben wir gelegt. Komm, komm, komm. Nein! Okay weiter. Eeeeh... I'm coming back, Patze. I'm the only one alive! I'll be back! Okay, hier ist ein Ologan-Battle! Ja! Und Raketen! Okay! I'm a coming! Wo ist der Penner? Ich habe ihn angezündet. Wir schaffen das! Und wieder einmal haben wir erfolgreich einen Kampf gegen das Böse abgeschlossen. Der Kapitalismus wurde wieder einmal niedergeschlagen von vier mutigen Abenteuern. Dies wagten im Namen des Kommunismus. Karl Marx! Karl Marx! Für dich war das! Greg! Wo bist du? Komm her! Komm her! Hey Daniel! Hey Daniel! Guck mal! Du hast ein Schild! Du musst mal einen Skillpunkt setzen! Gib mir einen Moment! Ich habe Zeit für Skillpunkte! ja! Ja, das soll... war ja was! Wir müssen eigentlich... ich müsste nicht nur noch Fladov Waffen haben. Wegen Gormilism! was ist denn wer ist denn überhaupt shorty verdammt noch mal wie kommen wir da wie kommen wir da aus der mitte da auch so ein typ den scooter kennt okay hat der schockwaffen ja ich habe eine glaube ich was weiß ich Leute ich habe ein Artefakt gefunden was habe ich momentan für eins okay ein zehnmal besseres als das okay oh Jungs hier ist ein verlorenes Echo ich habe was geschafft die Perlmutperlen meiner Mama in Scheiben und schickten das Rack um ihre wehmütige Leiche zu verspeisen meine Eltern zappelten und wandten sich und ich habe sie nicht getötet ich habe sie nicht genannt nein ich bin nicht verletzt 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 warum habe ich einen also irgendwie so das Gefühl dass das eine Hommage an irgendwas ist wer kennt sie nicht Rackman und Nobbin das Dream Team in den pandorianischen Fernseh Dingsis lass das nicht kill ihn ja danke das hat mir geholfen wer auch immer das war ich für den Koulismus was ist passiert wie ist das passiert was ist passiert wieso ist das passiert Ah, ja. Ah, ja. Fucker! Zwergratte, weißt du, wo ist Patze? Nein, warum töten wir meine Kills die ganze Zeit, ihr Faggot? Ja, das war jetzt... Du Faggot! Das war nicht ich, ich hab nicht geschossen. Du, Faggot! Dem kann ich nicht wehtun! Ja, klar dir! Ah! Oh, nee! Okay. Okay. Okay, ich seh schon was du bist. That's what you get! Ja, das machen wir hier, den müssen wir gar nicht hin, oder? Oh, sorry, der Death Trap hat dich angezündet. Hä? Lass mal erkunden, Pascal. Ja, los, los, Pascal, lass mal erkunden, lass mal nicht einfach nur durchs Spiel laufen wie sonst. S-sah mal... Nein! Ah, fuck, Death Trapi, no! Ja, he's dead. Okay. Lol. No. No. Not now. The Wreck Cave. Ah, da ist eine Waffenkiste. Ah, das ist das, okay. Hä? Was ist das? Wo ich da bin, wo ich hin gesprungen bin. Ah, okay, verstehe. Ah! Oh, da war Rackman irgendwo! Rackman? Wo ist Rackman? Ich bin... ...Krieg! Ah, da ist Rackman! Rackman! Wo bist du? Ist er schon tot? Er ist schon tot, oder? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Dora TV. Oder wie auch immer der Fernsehsender hier von Dora heißt. Wenn's hier überhaupt so aus wie Fernsehen gibt. Ein was? Fernsehen. Hm? Ein Medium. Hm? Du weißt schon. Diese Typen, die in die Zukunft blicken können. Fernseher. Ah. Yeah. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, was meinst du? Ich weiß nicht, was meinst du? Was? Darunter. Nein, nicht da! Komm zu mir! Da waren wir ja schon, also Pascal war da schon, also Grievous war da schon. Willst du wirklich dahin, wo Grievous schon mal war? Hä? Spread communism. Ich bin es nie eigentlich gewesen. Ich bin, glaube ich, es ist ein Scheiß. Ey, Leute, warte. Ja, wir sind... Wir haben uns so mal kurz auch die Waffenkiste angeguckt. Dürfen wir etwa nicht? Ja, ja, ihr habt mich nur fast zurückgelassen. Und Claudio auch. Claudio ist nicht so und egal. Der ist mir jetzt momentan scheißegal, der kann sterben. Ihr habt Claudio umgebracht, was fällt euch eigentlich ein Claudio umzubringen? Ja, guck mal, in der Autogast. Nein! Nein! Bitch! Oh oh! Rex! Was? Was sind Racks? Ich muss dir unbedingt einen extra Arm bauen! Nur für Heifer! Voll in die edlen Teile! Hm. 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 You can do it, Death Trappy. Anna, was? Wir müssen ja da durch, oder? Hm. Hm. Vielen Dank.